Herzlich Willkommen, liebe Freunde, zurück zu Minecraft-Adventure Man-Fuck! Nein! Nein! Oh nein, ich bin auch runtergefallen. Ich bin tot. Oh Mann, ey, ihr seid zum Penner, ey. Ja, ähm, willkommen zurück, Freunde. Ähm, der ist irgendjemand gerade gestorben. Oh fuck. Ja, ich bin gestorben. Der Gangster ist dabei und der bunte Abt ist dabei. Wo war ich jetzt? Ähm, Peel, teleportiert man mich mal bitte? Ah, da. Nein! Nein! Wir sind tot. Du hast ihn teleportiert. Du hast ihn teleportiert. Ja gut, ich war da fliegen. Du hast gefragt, ob ich dich teleportieren kann. Ich fang schon mal an. Teleportier mich mal bitte zum sicheren Platz. Wir haben es bald geschafft. Oh ja. Das finde ich sehr gut. Ich erst, ey. Alter! Kann man dazwischen eigentlich durchfliegen? Ja. Oh fuck. Wo muss ich denn jetzt hin? Da drauf und dann direkt an die Wand? Ey. Ja, ich hab's gerade auf einmal gemacht. Ja, okay. Aber es geht auch so, glaube ich. Geht auch so, aber es ist sehr... Ich hab gehört, heute schafft ihr mal ein paar Stages. Ich hab gehört, heute bist du zum letzten Mal dabei. Was? Was? Nein! Und schau. Jungs, wir müssen nach oben, nicht nach unten. Ach so. Ich hab's nicht so gedacht. Wir gehen runter. Ich dachte, da unten ist das Ziel. Ja, jetzt hab ich auch gedacht. Nein, nein. Aber heute hat uns ja der liebe Marsch, um was zu erzählen. Hab ich gehört. Ja. Oh, gestern war ich auf dem ersten Kicken-Weekend in Freiburg. Überlebt. Und heute war ich beim Tätowierer. Gleich gestern anfixen lassen und. Ja, genau. Nein, so nicht. Ich hab schon seit grauer Zeit einen Termin beim Tätowierer. Und heute war es Gespräch. Arnold sagt doch, dass es der Psychologe war. Kannst ihn zwar weiter Tätowierer nennen. Haben wir doch alle. Äh, wo muss ich denn wieder hin? Doktor, Doktor. Ich hab Probleme auf die Leiter zu springen. Ja, und das wird sich für ein Tattoo stechen lassen? Fuck! Du hast doch überhaupt keinen Platz mehr auf dem Körper. Doch, auf meiner Eichel hab ich noch einen Platz. Ah, stimmt. Ich dachte, da hast du dir das Space Shuttle drauf tätowieren lassen. Nee, nee. Ganz vorne hab ich noch Platz. Ah, okay, okay. Alter, bin ich so tief gefallen. Aber so viel Platz hast du noch da gar nicht. Der Gang ist ja schon wieder so weit. Nein! Oh nein, bitte nicht. Gibt's irgendeine Möglichkeit eigentlich den Game Mode schnell zu wechseln? Nein. Ey, ich lass mir eine Taschenuhr tätowieren. Oh, bitte nicht. Aber eine Taschenuhr? Ja. An die Hüfte? Nee, auf dem Unterarm. Ah, auf dem Unterarm. Geil. Erstmal schön an der... Alter, jetzt wechsel doch einfach gescheit den scheiß Game Mode. Behind you? Okay. Warum bist du schön? Arnold, ich glaub eine echte Taschenuhr wär besser. Die kann dir wirklich die Zeit anzeigen. Dafür hab ich ne Armbanduhr. Ah. So ne Armbanduhr tätowieren. Das wär bescheuert. Das wär irgendwo auch gut. Aber richtig bescheuert. Ey, wieso hab ich jetzt so ein scheiß Diamantending? Oh nein, daneben. Geschafft. Ich hab gedacht, das schaff ich nicht. Ha, ha. Ah. Bitte was? Nix. Simon. Nein! Ich steh nach. Jungs. Hast du's geschafft? Nein. Ja, Alter, genau so will ich das aber jetzt nicht haben. Dass ich jetzt in diesen... Da kommen wieder eure schönen Sprünge. Guck mal da. Da, hier ist sowas. Boah. Was? Achso, sind das um die Ecke? Ja. Ja, leck mich doch am Arsch. Oh nein. Also hier gegen die Wand und dann um die Ecke. Und ich hab's geschafft. Ja, geil. Dann kommen wir ja wieder zu dir. Ja. Es ist... Bisschen herausforderungslos, wenn du dabei bist. Bitte? Irgendwie ohne Herausforderung, wenn du dabei bist. Gut, ich stell mich scharf gleich hin. Na! Aber das ging jetzt, oder? Ja. Das war jetzt nicht so schwer. Nee, nee. Wurde gleich einer runtergehauen? Nein, ich weiß nicht. Ich glaub ja, im AFK-Modus hat er sich jetzt einfach nach unten hinstellen wollen. Hey, Simon. Ja? Du wolltest wohl nicht weiter als den zweiten Block kommen? Oh, komm ich sowieso nicht. Siehste! Was hab ich denn hier für einen Boost? Ah, okay. Boah, leck. Und nächste Woche hab ich meinen Termin. Okay. Also in schwarz dann, oder? Nee, das ist so leicht. Wie soll man sagen? So Alt-Messing-Bronze. Also das soll eine Antike sein. Fuck! An Antike! An Antike! Also so von den Griechen, so 3000 Jahre alt. Ja, so eine mit einem Stöckchen in der Mitte, damit... So eine Sonnenuhr so. Hey, was ist das für ein Scheiß? Ich krieg nie den Boost! Du machst dir so eine Sonnenuhr auf den Unterarm und dann kommt da als Piercing so ein großer Stock rein. So eine Art Piercing rein, da kannst du wirklich genau sagen, wie viel du es bist. Das ist ja immer gut. Am besten riesengroß auf dem Rücken. Ja, Jungs. Und bist du jetzt allgemein schon irgendwo tätowiert? Ja, aber auf dem Schulterblatt bin ich tätowiert. Rechter Oberarm und linker Oberarm. Das auf dem Schulterblatt kenn ich noch gar nicht. Kannst du mal in der Facecam präsentieren? Könnt ich gern mal machen, ja. Was hast du denn auf dem Schulterblatt? Ja, das ist schon saualt, das... Wolltest du sagen? Ich... also... Das habe ich mir mit 18 stechen lassen. Saualte. Was denken jetzt die Leute? Wie alt ist denn der Kerl? Ja schon. Ja. Frag dich. Könnte fast mein Opa sein. Oh. Jungs, ich glaube, wenn ich jetzt noch die drei Jumps schaffe, bin ich am Finish. Ja, warte doch bitte auf mich. Ich war jetzt kurz vorm Ende. Das ist kein Problem. Ich glaube, ich spring einfach runter, um dich noch mal runterzuhauen. Das mache ich gleich mit dir. Oh scheiße, ich muss weiter. Nein, nein, nein. Nein! Kann man da eigentlich auch irgendwie so Doppelsprünge machen? Ey. Ich würde es nicht machen. Hast du es geschafft, oder was? Ich möchte nicht darüber reden. Ich habe meinen letzten Jump verkackt, ey. Der letzte ist auch mal ein Vierer, by the way. War gar nicht mal so cool. Hier habe ich verkackt, Alter. Warum habe ich hier verkackt? Verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe in Steam eine Nachricht. Jetzt geht es los, Jungs. In Steam eine Nachricht. Okay, viel Spaß. Ich habe es geschafft, Freunde. Warte, warte, ich muss erst mal hoch. Ja, komm, die Chelsea so easy, die können wir doch alle machen, oder? Ich habe es geschafft. Ich komme nicht weiter als das zweite. Ich weiß nicht, springe ich immer zu früh ab? Keine Ahnung. Ja, ich denke es mal. Warte, ich gucke dir mal zu. Wo bist du? Da unten. Ey, Mann. Nein! Jetzt bist du gar nicht gesprungen. Ist auch gut. Also ich würde schon sagen, dass wir die Challenge machen. Also bist du noch einer übrig ist und dann bin ich drei versuchen, oder? Ja, können wir gerne tun. Also so schwer ist es jetzt echt nicht. Danach wird es nicht mehr allzu schön. Nee, komm. Oh, komm. Seemann, bis jetzt läuft es ganz gut. Merk's. Verdammt, das hätte ich nicht sagen sollen. Das ist immer so. Jetzt fall runter, bitte. Böde Arbeit. Aber ich glaube. Ich finde, das ist noch ein Schwerf auf die Leiter. Go to the Leiter. Wo ist denn da die Leiter? Okay. Geh nicht an die Wand. Ich glaube, da bleibst du lieber eher hängen. Ja, eher auf die andere Seite, ne? Ja. Was machst du da, Simon? Hör, Simon! Wieso springt da jetzt gar nicht, der Penner? Jetzt los. Ich probiere den WD weiter zu. Klappt das auch da irgendwie mit dem Vierersprung? Irgendwie? Ach, scheiße. Fröh. Wenn man da was probieren. Okay. Okay, hat nicht geklappt. Was hast du gemacht? Wollt eigentlich um die Ecke springen. Auf die Leiter oder was? Ja. Das klappt doch niemals. Oh! Klappenwürz! Lenk mich am Arsch. Also Klappenwürz. Oh, wenn man springen würde. So. Einfach, ist das ein normaler Sprung an die Leiter? Oh, ich bin noch im Game Mode. Ups. Aber ich denke mir, das geht, Simon. Was heißt denn um die Ecke, Andi? Ne, ne, mach weiter, mach weiter. Mach's ganz normal. Mach's ganz normal. Oh, komm. Ne, warte mal kurz, ich muss halt tiefer. Hier, ich krieg keinen Boost, siehst du das? Warte, ich kann mal runter. Liegt am Server. Und du sollst ja den Aufnahmen nicht bellen. Den Sprung bei der Art, den hätte ich jetzt nur geschafft. Warum machst du das auf einmal? Wieso bleibst du nicht stehen? Ja, weil das schneller geht. Bleib doch stehen, dann kriegst du den Boost. Ach, ist ja lang. Nein, ich hab am letzten Sprung verkackt. Welchen? Auf die Leiter oder was? An die Leiter, ja. Von einem kleinen Block. Ja, das ist echt ein schwerer auch. Wo geht's denn los? Find's an denn? Oh, Mann. Wieder kein Boost. Weiter unten. Ich war ja gestern mit dem Fabian dort. Mit der Killer-Garnele. Nein. Der hat sich auch ein paar Ideen geholt. Ah, der hat ja einen Gutschein, ne? Ja, der hat ja einen Gutschein gekriegt für ein Tattoo. Ich dachte eigentlich, er hat schon das Motiv. Ja, schon, schon. Aber man kriegt halt immer wieder neue Ideen. Das ist ja ganz normal. Warte mal kurz. Bunte, hör auf zu bellen. Oh, Mann. Diese Dinger nerven total. Ja. Ich will mir eigentlich auch ein Tattoo bestechen lassen. Okay. Du bist doch noch zu klein dafür. Du musst noch ein paar Jahre warten. Nee, nee. Noch doch. Wenn ich 16 bin mit einem verstandener Stay-Turn. Ja, aber mit denen habe ich geredet, die sind jetzt wieder dagegen. Oh, HD. Oh, jetzt komm. Drei Versuche. Nein, du musst noch hoch. Wie? Ich muss noch da hoch. Hast du geschafft? Ja, ich sag doch. Alles klar. Okay, okay, okay. Ich hab mal den Checkpoint aufgemacht. So, Simon. Der und drei. Das ist ja am letzten Sprung gescheitert. Oh, Simon. Wow! Was du gern hättest. Wie, was ich gern hätte? Ja, was du dir tätowieren lassen würdest. Ach so, ach so. Ja, klar. Ja, so ein Tattoo wär mal gar nicht mal so schlecht. Ja, wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich ja ein gewisser Fan von der Serie. Ah, du willst den Zigaretten? Du willst jetzt nicht, ob das Hals auf einer geht und das auf dem Rücken tätowieren lassen. Doch, doch. Lava nicht. Also nicht auf dem Rücken, nein, nein. Riesengroß ins Gesicht. Nein, nein, auf dem Arm. Etwas davon. Das Logo. So was. Ja, genau. Das ist schon extrem, du. Das ist echt ein harter Fanboy. Oh, ja. Toll. Man vergeht, da geht's lang. Ich sag, ab hier scheitert er. Ja, hier war er auch. Ja. Ah, fuck, Simon. Das hatte ich letztes Mal im ersten Mal geschafft. Wo geht's denn los? Na da unten. Nein, du kannst du da weitermachen. Ach so, stimmt. Ich bin nicht abgestürzt. Ja, ja. Ist das nicht schon sein Zweiter? Ich dachte, sein Erster wäre das jetzt. Nein, ich bin immer noch, ich bin immer noch, ich hab nicht mal im Ersten. Als du gesagt hast, noch drei, war ich schon drin. Ja, ich hab gesagt drei, äh. Ja, dann ist jetzt dein Erster. Nein, ich hab danach noch drei. Hä? Nein, danach hast du noch zwei. Nein, den du gerade versäumt hast, das war dein Erster. Nee. Also dein Erzähl nicht, weil ich nicht ganz aufgestürzt bin. Ich war ja noch in der Challenge drin, ich bin ja auf eines von den Dingern gelandet. Ach so, ihr macht das so. Ich dachte, ihr macht, wenn man den Sprung doppelt macht. Es ist schon so, dass das immer nur noch drei hat. Also nicht der laufende Versuch. Wasser! Jetzt hast du noch zwei. Warum? Ich bin immer noch in der Challenge drin. Ja, aber du hast den Sprung wiederholt. Ja und? Oder? Dachte ich doch, oder? Maschel? Ja, schon. Die Regeln sind doch, ich glaube, von jemanden übernommen da. Von einer anderen gewissen Gruppe. Da hat man das immer so gemacht, wenn man zum Beispiel Leitern hochspringt, haben wir immer gemacht und tiefer fällt und wieder auf der Leiter draufsteht, dann zählt es nicht als Fehlschlag, sondern macht da weiter. Ist das jetzt ein Fehlschlag, weil ich jetzt nichts mehr getroffen habe? Ach, sag ich mal, egal. Ja, guck, ist doch egal. Das kriegen wir ja irgendwie hin. Genau. Noch einlernen ist gut. Oh, Mann. Teleportiert mich jemand? Das macht der Gangster. Ich kann das nicht. Warte. Ich bin das gleich wieder. Hey, auf der Tattoo-Messe, gell? Da hast du manchmal Leute gesehen. Wir sind wieder runter. Mit so Tattoos. Ach, du bist... Ach, da. Die würdest du dir niemals stechen lassen. Mach da weiter. Mach da. Mach weiter. Nein, ich bin ja nicht wie du. Nein, falsche Taste! Simon! Falscher Game Mode! Oh, Mann. Ja, das ist richtig übel, ne? Kannst du ihn zu mir teleportieren? Wurde auch so. Als wir dort waren, hat sich einer gerade... Simon! Als wir dort waren, hat sich einer gerade einen... einen Käfer auf den Hals tätowiert. Also mit ihm so vorne auf den... auf den Adams-Apfel so. Oh, das muss schmerzvoll sein. Das ist sein erstes Tattoo. Okay, letzter Versuch, bin abgestürzt. Nee, ist bestimmt nicht sein erstes. Aber es ist trotzdem eine richtig miese Stelle, ey. Das ist... Die stelle ich mir richtig schmerzhaft vor. Ich muss hier oben sein. Jetzt reicht's hier mit dem Belden. Ich bin aber abgestürzt! Du bist immer Beldenlos, ey. Dann war das jetzt mein letzter, dann bin ich fertig. Geil ist, mit dem Boost kann man auch hier hin und dann zack. Hör auf die Map-Up zu bauen. Ja, mach ich gar nicht. Achso, das sah gerade so aus. Ne, ne. Simon, muss man dich teleportieren? Bis ihr reagiert, bin ich oben. Ja, scheiß Sprung! Bist du schon fertig, oder was? Na, das war der Verschlag jetzt. Nach eurer Zähnweise. Jawoll! Stage 99 geschafft! Wuhuu! Ich vergesse meine Uhr zu stellen. Egal. Brauchst du nicht, keine Sorge.